ja ich kann wieder raus ja meine stimme sagt lauf nicht davon nicht muss aber davonlaufen ja kommt es hilft mir gerade gar nichts und wieder aufgewacht so und das war sabrina ist auch gemacht toll hat die wix muss mich ernsthaft naja alpollo 37 dragonier level 40 so habe ich sie fertig gemacht eben hat mich das jetzt geärgert und wieder rein und jetzt wieder raus kommen wir erst mal das muss nur treffen ich habe immer fluchtzeit mit ihm sein scheiße wem brauche ich jetzt arctus ich habe das mit ja komm ach ich habe gerade keinen fluchtwurm dabei ach ja ich muss ja die ziehen noch ändern eistrahl 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 ok der eistrahl zieht eindeutig bei dem einträder voll alles ab viel so welche pokémon waren das jetzt bei ihnen du hast ganz kurz was gemacht ne ich muss erst beleben erst beleber und dann top genesung mal kurz mal ne liste hier hätten auch tränke gereicht glaube ich so zaptus reißen mal der alten jetzt den psycho arsch auf damit sie mir um kicks geht hier bitte gengals es ist jawohl gengals komm komm schon komm schon nice bohr schnabel ist ganz gut gegen ganger mhm hier top genesung noch mehr oder zack zack ah jetzt habe ich gar nichts mehr dafür ok ne agilität brauchen wir nicht lernen mitnehmen haktosch da ach kann kein bug mitfangen gegen apollo dragonia mitnehmen cowboss fack oh jetzt bohr wenn du mich jetzt nochmal besiegst ne centrus dann hackts aha dann lach ich haha hey jetzt habe ich alle ohne dass jemand gestorben ist ok so wir ziehen ganz schön über mit der zeit grad ne haha warum nicht weiß er nicht ähm alter geh doch kaputt simsala das ist doch nicht dein ernst food auch zeit tschüss garados ich probier einfach mal was arkania mega kick was 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 ist falsch gelaufen hier das reicht's das ist doch ein das ist doch n 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 Das Projekt nehme ich zu Ende, auch egal wie weit ich nämlich bin. Ruhes, Halle. Alter, ich hab mit zwei Pokémon die unter 50 und mit Relaxo not Level 30 geknackt hier. Aber wie gesagt, wenn du das jetzt machst, dann ist das für mich zu Ende. Alter, ja, wo finde ich das Mist, wie ich jetzt... Ich weiß, so es geht so, sag ich dir nicht. Zentos, nach der Aufnahme google ich hier einfach. Weiter, ja, komm. Alter Schwede. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Du bist ein Wichser, du bist kein Arschloch. Warum bin ich das denn nicht, ja? Top 4, ich bin so geil. Ja, da ist grad kein B, Quack. Da wird die Szene lachen. In der einen Höhle, ne? Leider in der einen Höhle, ja. Na, da weiß ich, wo ich noch nie drin war. Und zwar bei Fisty Misty. Fisty Misty? Da war ich noch nie drin, ne? Ah, komm Mutti, ich will mal bei dir pennen. Du sollst aber nicht in Nils sind, denn... Ne, ne? Alter... Meisterball hab ich, glaub ich, mit. Hyperball hab ich auch noch mit. Saven kann ich vorher. Fliegen. Nein, nicht Murmoria City. Das ist ja vom... Rokko. Von Rokko? Mal zu, Rokko City. Von Popko. Äh, darf ich noch nicht mal Top-Schutz einsetzen? Äh... Wieso? Ja, das Ding ist doch nicht frei, das taucht doch irgendwann auf. Nein. Ach, das ist einfach in der Höhle? Das steht da. Jetzt ernsthaft? Ja. Aber du verarschst mich jetzt hier, ne? Nein. Okay. Boah, ich bin immer noch mit Füßen nix zu dir, ne? Ja, ich save mal ne Runde. So. Ich hab aber noch Top-Schutz mit. Guck mal, meine Höhle hier. Ey, wir sind ein Feuer-Pokémon ganz schön schwach gegen Stein-Pokémon auch, kann das sein? Welche? Feuer-Pokémon. Ja. Stein-Woffe sind die platt, toll. Ich glaub, Genesung ist immer gut, dass ich die gefunden hab. Du hast nur eins? Was? Nö. Ja. Weil Keroke 2,30. Mit 30 bin ich hier reingegangen grad. Okay. Die auch ne Ansage. Und die sind so 40 rum. Und die sind so 40 rum. Aber voll easy. Ich glaub schon, das Weg nicht mehr. Also haben wir ein paar Folgen auf dem Jahr dann gleich. Na klar. Sechs Tage haben wir jetzt. Jetzt kommt sie für den siebten Tag. Der Sonntag. Der Sonntag. Ne. Ich bin ja irgendwann später bei mir. Dito! Tschüss. Wo kann der Dito bei Top-Schutz auftauchen? Ähm, das liegt da dran. Wenn die Pokémon höheres Level sind. Also die wilden als die. Also das, was auf dem ersten Platz bei dir ist. Okay. Dann tauchen die trotzdem auf. Okay. Ja. Na gut, das ist jetzt nur Dito gewesen. Level 60. Schanera! Warum bin ich jetzt verwehrt? Auch wichtig. Äh, kein Tickel. Bäumen und Scheiße auch. Biss. Mhmm. Reite. So. Achso. Da oben ist dann der. Pop-Schutz? Mhmm. Ich renne hier gerade generell echt nur mit Georg durch. Ich glaube aber bei Pyro ist das ein bisschen schwerer dann. Pyro geht. Ja gut, du musst jeden einzelnen Trainer kaputt machen, ne? Ja, hab ich ja gleich schon. Nein, Georg. Warum brennst du? Du. Ich hab nichts gegen Verbrennung dabei. Ich hab... Ich hab keine Beile. Oh. Äh. Nö. Naja. Das ist aber blöd. Ja, ne? Komm, ich fächse einfach zu Dickel. Oh, da steht ein Pokémon. Ahem. Da steht ein Pokémon. Ja. Ja. Hallo Pokémon. Wow. Mewtwo. Na, Level 70. Willst du mal Mega-Kick in deine... In deine Fresse was? Dankeschön, dass du mein Togdorf besiegst. Böde Pisskacke. Dankeschön, dass du Zapdos auch hinterher besiegst. Das ist 70, du AW. Ey, der macht auch noch... ...ne Wiederbelebung die ganze Zeit. Was ist mit dem denn falsch hier? Ey, weißt du wat? Wie viele Hyperbälle hab ich? Friss die Hyperbälle, mein Freund. Moment. Ich fang mit vollem Leben jetzt. Boah, frisst einfach die Dinger wie... Wie... Wenn er das dann gleich schafft, dann ist das Projekt vorbei. Frisst die Dinger wie Frühstücksflocken, ganz ehrlich. Hau ab. Nein, ich wurde besiegt. Ich hab gesagt, du sollst die Dinger wie Frühstücksflocken fressen. Was ist daran falsch zu verstehen? Ja, sitz doch mal. Oh Mann. Kriff doch mal. Bye. Ich habe dir grad was... Oh, ich hab noch Masterball, ne? Yes! Jawohl, gefangen! Warte, was ist denn? Pass mal auf. Du hast doch dein Handy bei dir, ne? Ja. Whatsapp? Da habe ich mein Handy bei mir. Na warte, mein Handy lädt. Weil ich grad wieder WLAN eingeschaltet hab. Na komm. Komm, Whatsapp. Hallo? Nicht abstürzen? Da hat's grad aufgetaucht. Jetzt lädt's wieder so lange. Zendos? Damit du mir auch glaubst. Glaubt ihr schon, dass du ihn gefällt? Ach, ich wurde auch angeschrieben. Deswegen hat das grad so lange gedauert. Und Pyros besiegt. Ein Foto an Zendos. So. Ich hab sieben Morden. Du bist so behindert, ne? Auch noch mit dem Meisterball was sagen. Ja. Ja. Dann hätte ich einfach mal über Bälle und Maske kaufen. Ja. Mach bei ihm das ja. 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 Du kannst auch das Projekt noch beenden. Ja. 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 Ich bin oder so. Du bist so oder so ein Arsch. Yes. Oh, halleluja. Hättest du nicht so schnell geschafft, wenn du das mit Togtog nicht gemacht hättest? Äh. Ja. 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 Oh, halleluja. Zendos hat verloren. Vielleicht ist ein Wixer. Vielleicht ist ein Wixer. Ja. Vielen Dank.